Hallo liebe Geschwister und liebe Freunde von Keep My Words. Auch wenn dieses Video jetzt gerade zum Start des Jahres 2024 hochgeladen wurde, so soll dieses Video eins nicht sein. Irgendwelche Ratschläge für gute Vorsätze für ein neues Jahr. Ich glaube daran, dass das Wort Gottes aktuell ist. Und ich glaube wirklich daran, dass das Wort Gottes meint, was es sagt, wenn es zum Beispiel im Brief an Hebräer heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verhärtet eure Herzen nicht. Die Dinge, die ich heute einfach thematisieren möchte, hier aus dem Wort Gottes, sind Dinge, die jeden Tag relevant sind. Also auch noch, wenn dieses Video vielleicht das allererste Mal gesehen wird, zwei Jahre nachdem es hochgeladen wurde, so glaube ich daran, weil es das Wort Gottes ist, dass es immer noch absolut relevant ist, was ich heute hier thematisieren möchte. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dich vom Wort Gottes herausfordern lässt, diese Dinge, die wir betrachten, in deinem Leben umzusetzen. Man muss noch nicht einmal ein gottesgläubiger oder gottesfürchtiger Mensch sein, um feststellen zu können, dass die Welt, in der wir uns jetzt befinden, die Zeitepoche, in der wir jetzt angelangt sind, dass es einfach nur eine verrückte und kaputte Welt ist. Diese Welt, in der wir leben, diese Zeit, in der wir leben, ist so verrückt, so gewalttätig, so blutrünstig, so verlogen, so manipulativ, so abgrundtief, hässlich und böse, dass man es mit Worten kaum beschreiben kann. Die Dinge, die vor unseren Augen geschehen, lassen einen wortwörtlich das Blut in den Adern gefrieren. Ja, es sind die Dinge, von denen Jesus gesagt hat, dass sie kommen werden. Es sind Dinge wie Kriege, die wir gerade vor unseren Augen entfesselt sehen. Überall auf der Welt sind Kriege im Gange. Überall auf der Welt schlachten sich Menschen ab. Überall auf der Welt ist Blut vergießen. Und wir sehen, wie sehr diese Welt immer mehr in eine Abwärtsspirale, immer weiter runter, immer weiter runter ins Verderben geht. Und natürlich kann man sagen, ja, das ist diese böse Welt, in der es so böse zugeht. Ja, es sind Politiker, die kein Wort der Wahrheit mehr rausbringen, sondern einfach nur noch lügen und Lüge gesellschaftsfähig machen. Ja, es ist eine Gesellschaft, die von Gott abgefallen ist, die in Homosexualität und jeder sexuellen Sünde irgendwo verstrickt ist. Es ist eine Welt, die so gewalttätig ist, dass sie nur noch mordet, wo es geht und vor Kleinkindern und selbst Babys keinen Halt mehr macht. Ja, das kann man sagen. Aber, und das ist der Punkt, auf den ich heute so ein bisschen kommen möchte, ist eigentlich das, was uns auch die Bibel voraussagt, in dem Brief an die Thessalonicher, nämlich der Abfall der Gläubigen von dem lebendigen Gott. Wir sind in einer Zeit angekommen, wo es mehr Gottlosigkeit in den sogenannten Kirchen gibt, als in der Welt. Wir sind in einer Zeit angekommen, wo es so viel Heuchelei gibt, wo so viel Gutgläubigkeit gespielt wird, und so wenig von echter Gottesfurcht vorhanden ist. Wo die Gemeinde Gottes zu einem Schauspiel und zu einem Theater geworden ist. Ja, wortwörtlich zu einem Schauspiel und einem Theater geworden ist. Wo Menschen an einem bestimmten Tag in der Woche für eine kurze Zeit in ein Gebäude strömen, sich in Kinosessel setzen und dann meinen, sie würden Gott damit dienen. Wo selbst unter denen, die sich gläubig nennen, Sünde salonfähig ist. Wo das Wort Gottes mit Füßen getreten wird, sich jedem Wind der Leere hingegeben wird, aber nicht mehr auf das geachtet wird, was uns das Wort Gottes eigentlich sagt. Und ich möchte mit diesem Video ein bisschen rütteln und ein bisschen schütteln. Ich möchte mit diesem Video ein bisschen dazu beitragen, dass wir, wie ich immer wieder sage, unsere Nasen in das Buch stecken und dass wir neu Entscheidungen treffen, die von allergrößter Relevanz sind. Dass wir uns neu positionieren, wenn du den Anspruch erhebst, dass du ein Kind Gottes bist. Wenn du von dir sagst, Jesus Christus ist mein Herr. Und wenn du meinst, dass Gottes Furcht dein Herz erfüllt hat, dann bitte ich dich, dann fordere ich dich heraus, komm, lass uns in das Buch schauen und lass uns sehen, was dieser Gott für uns hat. Ich möchte mit diesem Wort, das ich heute bringe, mit dem, was ich heute betrachten will, im Wort Gottes, möchte ich eines bei uns bewirken. Das ist mein Wunsch. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich brauche die Gnade Gottes dazu. Aber ich möchte bewirken, dass wir erneut herausgefordert werden, unser Leben in die Waagschale zu werfen und zu sagen, hey, mit mir nicht. Ich möchte kein Teil des Problems Gottes sein. Ich möchte kein Teil des Widerstandes gegen die Wahrheit sein, sondern ich möchte als ein Jünger von Jesus leben und ich möchte in meine Berufung hineinkommen. Ich möchte das erfüllen, was das Wort Gottes von meiner Person, von mir als Kind Gottes sagt. Ich möchte hineinkommen in das, was das Wort Gottes für mich hat. Und wenn du sagst, hey, das will ich, dann lass uns zusammen in das Wort Gottes schauen. Ich möchte eigentlich im Kern zwei Dinge mit uns betrachten. Einmal, wie stehen wir als Kinder Gottes, als Jünger von Jesus in dieser Welt da? Und ich möchte dazu so ein bisschen auch das Thema Sünde betrachten und wie gehen wir mit Sünde um? Und zum anderen möchte ich deine zukünftige Perspektive einfach betrachten. Und zwar ganz besonders im Hinblick auf Entscheidungen, die zu treffen sind. Okay, das erste einmal ist das Thema Sünde. Wie gehen wir mit Sünde um? Und ich möchte dich ermutigen, lass dich herausfordern, denn das macht den Unterschied. Wie gesagt, wir haben es heute mit einer Kirche zu tun, die zum größten Teil absolut korrupt geworden ist und im Begriff ist abzufallen von dem lebendigen Gott. Und das ist es, was das Wort Gottes im Brief an die Thessalonicher sagt. Es sagt, dass Christus nicht erkommt, bevor dieser Abfall in vollem Gange angefangen hat und geschehen ist. Dieser Abfall der Gläubigen von dem lebendigen Gott. Und ich hoffe für dich und ich bete, dass du nicht ein Teil von diesem Abfall bist, sondern dass du zu denen gehörst, die fest verwurzelt in dem Wort der Wahrheit stehen. Aber, und das ist der Punkt, um den es geht, wenn wir sagen, wir wollen nicht zu dem Problem Gottes gehören, wir wollen nicht auf der Seite derer sein, die von dem lebendigen Gott abfallen, dann müssen wir unser Herz in der Wahrheit baden und wir müssen Männer und Frauen sein, die ein wahrhaftiges, authentisches Leben in der Gottesfurcht leben. Und wie das geschieht, das betrachten wir uns in dem Wort Gottes. Paulus hat einmal etwas gesagt zu der neutestamentlichen Gemeinde, was von absoluter Wichtigkeit ist. Er redet von der Gnade Gottes und wir gehen dazu einmal in das Wort Gottes in Titus Kapitel 2 Abvers 11. Dort heißt es in Titus 2 Ab 11 Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringt ist für alle Menschen. Also wir haben es hier mit der Gnade Gottes zu tun und ich möchte gleich hier eine große Warnung aussprechen. Das, was in dem Großteil der neutestamentlichen Gemeinde der neutestamentlichen Gemeinde unserer heutigen Zeit in Bezug auf Gnade Gottes gelehrt, gelebt, gepredigt und verkündigt wird, ist nicht das, was Paulus hier meint. Wir haben es heutzutage mit einer falschen Gnade zu tun. Wir haben es heutzutage mit einer Gnade zu tun, die in den Gemeinden gepredigt wird, die die Gläubigen dazu ermutigt, an ihrer Sünde und ihrem sündigen Lebensstil festzuhalten, weil sie ja sagt, hey, da ist Gnade, Gott wird dir schon vergeben. Diese Gnade, von der das Wort Gottes hier spricht, ist eine komplett andere Gnade und wenn du dieses nicht siehst, dass es hier nicht um diese billige Gnade geht, sondern dass es hier um eine wirklich herausfordernde Gnade geht, dann bist du schon in der Gefahr, in diesem Strudel, in diesem Strom des Abfalls von dem lebendigen Gott und dem lebendigen Wort, dich zu befinden. Hier heißt es von dieser Gnade, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Es ist Gottes Gnade und sie ist heilbringend für alle Menschen, also auch für dich und für mich. Aber jetzt heißt es von dieser Gnade, sie nimmt uns in die Zucht, sie ermahnt uns, sie lehrt uns, sie nimmt uns in die Zucht, damit wir etwas ganz Besonderes tun. Es heißt hier, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Wir sehen also, dass diese Gnade, von der der Apostel Paulus hier zu Titus spricht und somit auch zu uns spricht, zu der neutestamentlichen Gemeinde spricht, dass es eine ganz besondere Gnade ist, nämlich eine Gnade, die uns in die Zucht nimmt. Es ist eben die Gnade, die uns nicht erlaubt, mit Sünde lieb zu äugeln. Es ist die Gnade, von der Jesus Christus gesprochen hat, als er sagte, wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, so reiße es raus, denn es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich der Himmel gehst, als mit zwei gesunden Augen in die Hölle. Jesus sagt, da ist Gnade für uns, der Sünde zu widerstehen, aber es geht nicht kampflos, es geht nicht, wie in diesem Kontext gesagt, ohne die Zucht Gottes, ohne, dass wir von dieser Gnade in die Zucht Gottes genommen werden. Und es heißt dann weiter, dass wir die weltlichen Begierden und die Gottlosigkeit verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Es ist für heute, für hier und jetzt. Es ist genau das, was uns eigentlich der Brief an die Hebräer sagt, wo es heißt, heute, wenn du seine Stimme hörst, so verhärte dein Herz nicht. Es heißt weiter dann im Vers 13, wie sollen wir mit dieser Gnade umgehen, wie sollen erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Retters Jesus Christus. Das heißt also, die Gnade, die uns hier von Gott angeboten wird, die Gnade, die uns in die Zucht nimmt, dass wir die weltlichen Begierden und die Gottlosigkeit verleugnen, sie führt uns eben auch dahin, dass wir Männer und Frauen werden, die fest verwurzelt in der Wahrheit stehen und eine Erwartungshaltung haben, nämlich einen Blick gen Himmel gerichtet, dass wir den Herrn der Herrlichkeit tagtäglich erwarten. Und ich möchte dich dazu ermutigen und ich möchte dich dazu herausfordern, dass du ein Leben lebst, das jeden Tag und jede Sekunde mit der Offenbarung Jesu Christi rechnet. Ich rede jetzt nicht hier von einem Zeitpunkt der Entrückung vor oder inmitten oder nach der großen Drangsal. Hey, darum geht es jetzt gar nicht. Du weißt nicht, wann dein letzter Atemzug kommt und du vor diesem Herrn und Heiland, vor diesem Richter der Lebendigen und der Toten einmal stehen wirst. Unsere Haltung soll diese sein, die wir hier im Vers 13 von Titus 2 Vers 13 lesen, dass wir die Erscheinung des Herrn Jesus Christus tagtäglich, ja, vielleicht sogar stündlich, minütlich und sekündlich erwarten. Die Haltung in unserem Herzen soll die sein, dass wir alle Zeit bereit sind, Rechenschaft zu geben über den Glauben, der in uns ist und nicht eines Menschen, sondern unserem Herrn Jesus Christus, dass wir einmal vor ihm stehen können und ihm Rede und Antwort geben können, ohne Furcht, weil wir wissen, wessen Geistes Kinder wir sind. Es heißt in Vers 14 dann weiter von diesem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Hier heißt es also, er Jesus Christus, er hat sich selbst am Kreuz von Golgatha für uns hingegeben, damit wir befreit werden können von dem, was Sünde und in Knechtschaft halten will. Und er hat sich nicht nur hingegeben, dass wir befreit werden können, sondern er hat sich für uns als Lösegeld hingegeben, damit wir von der Knechtschaft der Sünde befreit werden, damit wir befreit leben. Und das Leben eines Kindes Gottes, und das ist es, worauf ich hinaus will, das Leben eines Kindes Gottes, das heute, hier und jetzt, im Jahr 2024 gelebt ist, ist ein Leben, das einen Unterschied zu der Welt macht. Und ich möchte dich herausfordern, ich möchte dir sagen, wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du dazu berufen, dann bist du dazu aufgefordert, nicht von mir, sondern von dem Wort Gottes, durch die Gnade, die hier offenbar wurde, die dich in der Zucht nimmt, du bist dazu aufgefordert, einen Unterschied zu machen in deiner Gesellschaft. Und ich möchte das ganz blank sagen, und auch wenn es dich vielleicht verärgert, aber wie kann es sein, dass wir uns Kinder Gottes nennen und wir trotzdem noch in den alltäglichen Sünden dieser Gesellschaft gefangen sind? Wie kann es sein, dass die Gemeinden heutzutage, die neutestermittlichen Gemeinden, die sich zu Christus bekennen, dass sie voll sind von Menschen, die immer noch in Pornografie gefangen sind? Wie kann es sein, dass das unzählige Gläubige, die sich Gläubige nennen, dass sie in Unzucht leben? Und ich möchte dir sagen, lieber Bruder, wenn du dich zu Christus bekennst und du lebst mit einer Frau zusammen, mit der du nicht verheiratet bist und du hast ein intimes Verhältnis mit ihr, dann lebst du in Unzucht, dann lebst du in Ehebruch. Das sagt uns das Wort Gottes. Du lebst in sexueller Sünde. Und ich möchte dir sagen, liebe Schwester, wenn du mit einem Mann zusammen bist und du lebst mit ihnen in intimer Gemeinschaft und ihr seid nicht im Bund der Ehe, dann lebst du, du lebst in sexueller Sünde, du lebst in Unzucht. Und wie kann es sein, dass die Gemeinden unserer Tage voll sind von sexueller Unreinheit, von Menschen, die in Unzucht zusammen leben, die nicht verheiratet sind, aber sie leben so, als wären sie verheiratet. Es kann nur sein, weil wir dieses Wort nicht mehr ernst nehmen. Und es geht weiter, es gibt so viele Dinge, wie kann es sein, dass so viele Kinder Gottes in so vielen Belangen gefangen sind, wie kann es sein, dass so viele an Alkohol gebunden sind, wie kann es sein, dass so viele immer noch an Tabak gebunden sind, immer noch rauchen, wie kann es sein, das kann nicht sein, wie kann es sein, dass so viele in Stolz gebunden sind, wie kann es sein, dass so viele Menschen, die sich zu Christus bekennen, dass sie sagen, ja, die Gnade Gottes ist an mir offenbar geworden, aber in ihrem Leben gibt es kein Anzeichen dieser Gnade Gottes, dass diese Gnade Gottes keine Auswirkungen in ihrem Leben hat, das gibt es nicht, es gibt es einfach nicht und ich möchte dir sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn es dort noch Sünden gibt in deinem Leben, die dich gefangen nehmen, die dich binden, schreie zum Herrn Jesus Christus, dass du davon befreit wirst und nehme alles in deine Hand, dass du dich dieser Gnade Gottes unterwirfst, nehme alles in deine Hand, dass du dich in diese Zucht nehmen lässt, denn ein Grund, warum viele Sünden immer noch viele sogenannte Gläubige fesseln, ist dieser, dass viele Gläubige unter einer falschen Gnade sind. Viele Gläubige sind heutzutage unter einer falschen Gnade, sie sind nicht unter dieser echten Gnade, die uns in die Zucht nimmt. Und wir haben heute so ein wirres Verständnis von dieser Gnade, dass wir gar nicht mehr begreifen, was die Auswirkungen dieser Gnade sind. Die Auswirkungen dieser Gnade sind Freiheit von der Knechtschaft der Sünde. Und wenn du diese Freiheit von der Knechtschaft der Sünde, egal in welchem Bereich, egal ob es Pornografie, egal ob es sexuelle Unreinheit, egal ob es Trinken oder Rauchen oder Stolz oder was auch immer ist, wenn du diese Gnade, wenn du diese Zucht, wenn du diese Freiheit, die diese Gnade bringt, nicht erfährst, dann liegt es daran, dass du einer falschen Gnade gehörig geworden bist und nicht dieser echten, du bist nicht unter dieser echten Gnade. Ihr Lieben, die Männer alter Zeit, die Lehrer alter Zeit, ich sag mal so, ein Spurgeon, ein Oswald Chambers, ein John Knox oder wie sie auch alle heißen, die hatten ein ganz anderes Verständnis von dieser Gnade. Ich möchte euch einmal vorlesen, was beispielsweise Spurgeon, was Spurgeon sagt von dieser echten Gnade. Spurgeon sagt folgendes, ich lese aus dem Buch Kleinode göttlicher Verheißung, ja und Spurgeon sagt hier, wenn eine Sünde die Herrschaft über uns hat, sind wir nicht mehr die Freien des Herrn. Lass uns darauf achten, was es hier heißt, wenn eine einzige Sünde Herrschaft über uns hat, dann sind wir nicht die Freien des Herrn. Und eigentlich braucht man das gar nicht viel erklären, weil das ist schon logisch. Wir können nicht sagen, wir sind frei, wir sind die Freien des Herrn, wenn wir doch in einer Art und Weise irgendwo gebunden sind, in Sünde. Und deswegen sagt er hier, wenn eine Sünde die Herrschaft über uns hat, so sind wir nicht mehr die Freien des Herrn. Ein Mensch, der auch nur von einer einzigen Kette gehalten wird, ist immer noch ein Gefangener. Wir können nicht in den Himmel gehen, wenn eine Sünde in uns regiert. Denn von den Heiligen heißt es, die Sünde wird nicht herrschen können über euch. Haben wir das begriffen, was es sagt hier? Sagt hier, wenn uns eine Sünde knechtet und in die Freien des Herrn. Denn das Wort Gottes sagt, es soll die Sünde nicht mehr herrschen über uns. So heißt es in Römer 6. Können wir gleich auch hingehen. Römer 6. Ab Vers 12 heißt es hier, analog zu dem, was hier der Spurgeon sagt. Man könnte jetzt sagen, ja, der Spurgeon war ja auch nur ein Mensch. Aber dieser Spurgeon hat als Mensch das Wort nicht herrschen in unserem sterblichen Leib. Wenn die Sünde in unserem sterblichen Leib herrscht und wir Gefangene und Gebundene sind, so sind wir nicht die Freien des Herrn. Und dann heißt es weiter, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. 13. Gebt auch nicht hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selber Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Und dann heißt es weiter in Vers 14 nochmal, nun wird Vers 14 nochmal dasselbe sagen wie Vers 12, also eine Wiederholung und wenn das Wort Gottes etwas einmal sagt, ist es schon wichtig, aber wenn es etwas wiederholt, dann denke ich, es ist wirklich wichtig, denn hier heißt es im Vers 14 wie auch euch und im Vers 14 wird es zugespitzt und es heißt die Sünde wird nicht herrschen über euch und ich bitte dich jetzt lieber Bruder liebe Schwester überprüf dich selber gibt es Sünde in deinem Leben die über dich herrscht die dich gefangen und gebunden hält dann möchte ich dir zusprechen dann möchte ich dich in Liebe ermahnen komm unter die echte Gnade komm unter die Gnade von der das Wort Gottes spricht die dich in die Zucht nimmt komm unter die Gnade die dich nicht ruhig schlafen lässt wenn du noch mit einer Sünde Frieden geschlossen hast wenn du noch mit einer Sünde liebäugelst wenn du noch mit einer einzigen Sünde einen Friedensvertrag geschlossen hast die echte Gnade führt uns falsche Friedensverträge mit unseren Feinden vor Augen und befähigt uns diese Friedensverträge aufzukündigen und in den Krieg zu gehen gegen alles was der Wahrheit unseres Gottes und der Ehre und der Heiligkeit unseres Gottes widerspricht ich hatte gesagt dass es Männer und Frauen gibt die eben dieses Verständnis haben was uns heute in der neutestamentlichen Zeit eigentlich fast schon verloren gegangen ist ich möchte nochmal ein Statement von Oswald Chambers vorlesen Oswald Chambers hat gesagt und hier ist es das Buch was ihn verherrlicht hier heißt es auch von diesem selben Thema es gibt keinen Platz im Neuen Testament für den Menschen der sagt er sei aus Gnade gerettet an dem aber nicht die Äußerungen der Gnade zu erkennen sind es ist genau dasselbe eigentlich was was Spurgeon sagt wenn uns eine Sünde knechtet eine Sünde noch gefangen hält so sind wir nicht die Freien des Herrn und wir können nicht sagen dass wir aus Gnade gerettet sind wenn aber nicht die Anzeichen der Gnade in unserem Leben offenkundig sind und ich wehre mich vehement dagegen dass wir immer noch glauben ja wir sind ja irgendwie alles nur kleine Sünder und sind irgendwie jetzt durch Gnade gerechtfertigt als Sünder wir sind nicht mehr Sünder wir sind heilige wir sind heilige wir waren einst Sünder wir waren einst unter der Knechtschaft der Sünde doch die Sünde sollen nicht mehr herrschen über uns und sie wird nicht herrschen über uns warum weil wir nicht mehr Sünder sind weil wir heilige sind christus hat am kreuz für uns alles erwürgt damit wir in den stand dieser männer und frauen gottes kommen können die nicht mehr sünder sind sondern die heilige und gerechte sind und die nicht mehr unter der herrschaft der sünde leben müssen ok genug gesagt zu diesem thema ich möchte dich einfach mit dieser sache ermutigen komm heraus und komm unter diese gnade die uns gott durch sein wort und durch das was er in christus jesus auf golgatha getan hat heute anbietet das zweite worauf ich jetzt eingehen möchte und somit auch das letzte mit dem ich schließen möchte ist ich möchte dich herausfordern neue entscheidungen zu treffen ja und ich möchte es ganz bewusst sagen auch wenn dieses video wie gesagt 2024 rausgekommen ist so ist es bestimmt kein video das jetzt einfach zum start des neuen jahres einfach irgendwelche guten vorsätze oder vorschläge für gute vorsätze rausbringen will das möchte ich nicht ich glaube daran dass wir als kinder Gottes dazu berufen sind jeden tag entscheidungen zu treffen jeden tag möchte dich einfach ermutigen dass du jetzt anfängst und dass du entscheidungen triffst auch im anbetracht der zeit in der wir uns befinden auch im anbetracht all dieses chaos das in dieser welt los ist ich möchte dich ermutigen triff lebensverändernde entscheidungen ich hoffe ich hoffe dass du zu denen gehörst die sagen ich habe einfach genug davon mich Jahr für Jahr im Kreis zu drehen ich habe genug davon Jahr für Jahr immer nur dasselbe irgendwie zu tun einfach nur zu überleben einfach nur einfach nur ein Leben als ein Jünger von Jesus zu führen dass das irgendwie nur darum sich dreht zu überleben ich möchte endlich in die Berufung hineinkommen die Gott für mich hat aber dazu braucht es lebensverändernde entscheidungen mutige entscheidungen auf deiner Seite wenn wir in das Wort Gottes gehen dann lesen wir im Hebräer 11 etwas vom Glauben und von den Glaubens Helden wir lesen etwas von Abraham der von Gott gerufen wurde in ein fernes Land zu ziehen und er tat das aufgrund von Glauben und Vertrauen zu diesem Gott wir lesen von Mose der obwohl er sozusagen am Hause des Pharaos am Hofe des Pharaos als ein Familienmitglied der königlichen Familie dort gelebt hat der dieses alles verlassen hat um in Schmach und Verfolgung mit den Kindern Gottes den Kindern der Verheißung zusammen zu leben wir lesen von anderen Glaubenshelden von Gideon wir lesen von Elia Elisa wir lesen von Propheten wie Jesaja wir lesen von all diesen Glaubenshelden der Bibel und wir lesen davon dass sie gewaltige Dinge durch den in ihnen wirkenden Glauben getan haben aber was uns ganz wichtig vor Augen geführt werden muss ist eben diese Tatsache das waren alles fehlbare Menschen und ich meine was wollen wir sagen zu Abraham der in ein fernes Land zog aber er hat die Verheißung seines Sohnes Isaks empfangen als ein 100 jähriger eigentlich hätte das gar nicht gehen können vom biologischen Standpunkt aus und seine Frau war auch schon 99 oder 100 die haben sie die Verheißung empfangen es liegt nicht daran was wir an Geschick oder an Talent mitbringen können es liegt daran was Gott mit uns tun kann Gott hat sich schon immer fehlbare Menschen bedient und er hat schon immer fehlbare Menschen schwache Menschen gerufen es heißt ja und da sagt ja Paulus auch zu den Korinthern Gott hat wohlgefallen daran gehabt das Schwache das zu erwählen was in der Welt als nichts gilt und das hat Gott aus einem bestimmten Grund getan er hat es getan damit seine überragende Gnade seine überragende Kraft an uns offenbar wird dass jeder der uns sieht sofort weiß aha es kommt nicht aus unserer Kraft es kommt nicht aus unserem Geschick unserem Talent unserer Überzeugung oder unserer Intelligenz oder unserem Vermögen sondern es kommt durch die Gnade Gottes und ich möchte dich ermutigen triff Entscheidungen denn was alle diese Glaubenshelden gemeinsam haben was ihnen allen gemeinsam ist ist eben das als Gott sie gerufen hat haben sie eine Entscheidung getroffen das hat ihnen Gott nicht abgenommen egal wie schwach sie auch waren egal wie fehlbar sie auch waren Gott hat jeden einzelnen dieser Glaubenshelden vor eine Entscheidung geführt und sie haben eine Entscheidung getroffen und ich möchte dir sagen mein lieber Bruder meine liebe Schwester das was dich vielleicht noch daran hindert in deine Berufung hinein zu kommen ist eine Entscheidung von solch einer Tragweite die dein ganzes Leben verändert und Gott wird uns diese Entscheidung nicht abnehmen denn diese Entscheidung ist die Schwelle über die wir gehen müssen um in das hinein zu kommen was Gott für uns hat und darum möchte ich dich herausfordern darum möchte ich dich ermutigen triff jetzt jetzt in diesen Tagen die vor dir liegen heute wenn ihr seine Stimme hört nicht nur zum Anfang eines neuen Jahres sondern an jedem Tag an dem es heute heißt triff lebensverändernde Entscheidungen um aus diesem ganzen Strudel herauszukommen und aus dieser ganzen Lähmung um aus diesem ganzen Schlummer und Schlaf der die Christenheit gerade bedeckt um dort herauszukommen triff Entscheidungen die dich absolut und konsequent herausfordern wirf dein Leben in die Waagschale setze alles auf eine Karte und entscheide dich dem Lammel Gottes zu folgen das Kreuz tagtäglich auf dich zu nehmen und dein Leben dich selbst zu verleugnen und Christus als ein Jünger von Jesus zu folgen in diesem Sinne wünsche ich euch wünsche ich jedem der dieses Video sieht der dieses Video hört die diese Worte die wir heute betrachtet haben zu herzen genau ich wünsche dir ganz viel Gottes Segen und ich wünsche dir dass du für dich diese Entscheidung von denen ich heute gesprochen habe dass du für dich diese Entscheidung triffst und als ein Jünger von Jesus voranschreitest und einen Unterschied machst in dieser kaputten dunklen und perversen Welt dass du wirklich wirst was das Wort Gottes sagt Salz und Licht Gott Gott Untertitelung des ZDF, 2020